Guten Tag, ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Nächste Zeit. Ja, ich... Nächste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind sie's. Gestatten Gerber und Alivander. Aber sie haben sicher bereits von den Alivanders gehört. Den besten Zauberstab-Macher. Freut mich, sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Hm. Hm, äh, nein, 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 du nicht. Ah, ja, 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 hm, mächtiger Kern, 10,5 Zoll, hm, könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Hm, hm, seltsam. Äh, noch mal, na los, schwenken Sie richtig. Oh. Der passt ja gar nichts für ihn, was? Haha. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Hey, der ist es. Aber, ja, 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 ja. Ebelholz, 13,35 Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Oh, ach, oh, ach, Enge, für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Bitte, ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Wirklich interessant. Faszinierend. 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 Wirklich interessant. Faszinierend. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Wirklich interessant. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft.